und dies war das willkommen hier auf youtube herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal wurde schönen guten morgen wünsche ich euch zum nächsten video jungs das ist das allererste experiment was wir machen so gefühlt bei packs die gerade im shop reingekommen sind ja ihr habt richtig gehört heute bzw gestern abend sind packs rausgekommen die brasilianer beinhaltet haben unter anderem gibt es zwei verschiedene entweder für 35.000 münzen oder für 90.000 münzen kostpunkt der fieber points 18 euro oder 7 euro jetzt schon mal wer das mit fifa points im jetzigen zeitpunkt öffnet macht es definitiv nicht ob ihr es mit coins macht das seht ihr hier wir haben ungefähr zu 20 stück geöffnet und da seht ihr so ein bisschen was rausgekommen ist ihr habt insgesamt drei oder vier tage zeit um das pack zu öffnen also es ist halt alles android macht euch selber ein bild ich bin ganz ehrlich gerade zum jetzigen zeitpunkt auch hier muss noch mal gesagt werden bitte ladet keine fifa points mehr auf wenn ihr das macht am anfang von fifa ja wenn ihr das geld üblich habt müsst aber ich würde es euch einfach nicht empfehlen ich denke android hat die zeit genug dass wir ein krankes team haben übrigens rtg ist gestern geisteskrank eskaliert das werdet ihr im laufe der woche noch sehen ja lasst gerne trotz alledem wenn ihr solche experimente auch mal aus dem shop sehen wollt den daumen nach oben das sehr gerne auch ein kostenloses abonnement ich würde mich natürlich richtig freuen fazit der packs kriegt ihr natürlich dann am ende wieder und sonst gibt es eigentlich nichts weiter zu sagen denkt dran zwei für eins aktion bei level up ist mit am start heute letzter tag bei display der aktion wo ihr auch noch mal ein bisschen sparen könnt ihr könnt mich sehr gerne unterstützen mit den links in der video beschreibung und damit bin ich raus bin ich ganz viel spaß beim video let's go so weise wir gehen mal rein wir machen ein kleines experiment wir reden jetzt nicht hier drüber dass wir die mit fifa points aufbauen weil points quatsch zum jetzigen zeitpunkt wir werden jetzt mal das 90.000 coins pack ausprobieren geht insgesamt vier tage wir schauen mal ob sich das überhaupt lohnt eine 90k ihr kriegt drei brasilianer 85 85 gesamt oder höher ich bin selber gespannt ich ziehe meins als allererstes mit der nase und hoffen vielleicht mal dass hier in den ministries junior oder sowas rauskommt übrigens alles ist android das ganz wichtig kommt schon das maxi fängt mal an mit der nase und guck mal ob sich 90.000 münzen gelohnt haben ja krank brasilien rodrigo 87 rating okay eine special karte haben war also schon mal klasse die frage ist halt nur ok eine special karte haben wir holen wir damit 90.000 coins raus definitiv nicht darüber brauche ich reden das ist ein big l aber ein peli ist da das ist ein definitiv ein big l darüber brauchen wir nicht diskutieren okay wir haben okay weiter geht es zweites pack werden wir jetzt hier gewinnen sehen und trotz ist geil asyl ist da ms taliska aber nicht so schlecht ich weiß halt nicht was die drei spieler kosten und rodrigo und tiago silva ich muss da man muss halt immer gucken aber die 90k wieder rausholt taliska kostet 41.000 klappt ja ich würde aber sehr schwierig werden wir plus zu machen ich glaube das sehen wir jetzt im zweiten pack aber für diejenigen die es halt wissen wollen wir sehen das als erstes ich würde euch echt empfehlen wenn ihr das sieht dann macht es bitte nur wenn ihr wirklich viele münster hat und es nicht braucht deswegen gehen wir mal rein in nummero 3 falki zieht einen brasilianer hey wer kennt ihn wieder rodrigo ich glaube rodrigo sehen wir in jedem pack aber drei special karten hey immerhin unten kk krank drei special karten zum allerersten mal stark so weiter geht die wilde bad mit pack nummero vier wir sehen einen trotz das ist big es kann ja jetzt immer scheppern geht wenn trotz kommt und lf damals den jackpot hat drin geht es dabei nummer eins und komm komm dann die alves der kostet alleine schon über 100k die lea oder drin und mal wieder rodrigo aber das pack hat sich auf jeden fall gelohnt die 90 gabern gut in ausführungszeichen investiert come on next one abfall ist angesagt macht der gewinn ja oder ein future star als sie jetzt im kunja seit gerade eine bessere karte schon zu mehr spielen gewesen deswegen schwierig schwierig und wieder dreist welche karten nur die und endlich aber 90 kaos damit glaube nicht raus das wird aber ganz ganz schwierig werte ach schade das tut mir mein herz das wird noch 94.000 minран Super dumb SEC nur wenn ihr nun der minister milioni Dez Arbeit das sind komplett logischer groß partnership gibt es öfter jungs geht rüber und lass doch mal liebe da Das nächste Shop-Pack öffnet sich. Wann lohnt es sich so richtig? Wann sehen wir Winnie oder vielleicht auch Neymar? Aber hey, drei aus der Premier League, das ist stark. Und ein Dinio sehen wir zumindest zum ersten Mal. Weiter geht die wilde Fahrt. Reiner. Ich möchte den Tods Vinicius Studio sehen oder Neymar. Das ist Dani Alves, 93er Rating. Ich glaube, Dani Alves kostet fast noch 100k. So schlecht ist das gar nicht. Das geht echt klar. Ein Casemiro noch und ein Anthony. Rating ist zumindest gegeben. Ob du genau die 90k rausholst, weiß ich halt auch nicht. FedEx hat halt genug Coins. FedEx kann das halt machen mit seinen 6 Millionen Open. Denn den juckt das nicht so. Und jetzt zieht er, pass auf jetzt, Neymar. Oh! Ein Small! Das ist nicht dein Ernst-PedEx. Das ist so bodenlos. Oh mein Gott! Was ist denn das? Was ist so bodenlos? Die mit den meisten Coins ziehen eigentlich die krankesten Spieler. Die reichen Werte immer reicher. Das war's komplett. Das war's komplett. Ach du Scheiße, Alter! Das kannst du keinem erzählen. GG, mein lieber. GG. Absolutely insane. Wenn Action ist seine gegönnt. So, nach Neymar fehlt uns jetzt so Vinicius Junior, habe ich gehört. Ah, es wird's. Ja, wieder Cunha. Man sieht halt deutlich, oder viele, dass halt wirklich viele gleich sind. Gerade die Spieler, die kommen. Ich glaube, so ein Neymar, Vini ist halt super selten. Gerade Anthony Cunha und, wie heißt der andere, der immer da ist hier? Der andere halt. Rodrigo sind wahrscheinlich die, die man mit am meisten sieht. Ja, Vini ist halt schon, oder Neymar ist halt schon geisteskrank. GG. Nicht an dich, aber an Prediction, der gerade eben Neymar gezogen hat. So, Vinicius Junior, wann bist du da? Ja, ah, nee, ist Casemiro. Scheiße. Scheiße. Casemiro und... Lodi, Diego Carlos. Hä, das ist ein Dreieck. Gutes... Das ist, äh, gute Linkbarkeit für eine SPC. Und los. Das ist übrigens Pack Nummer 13. Komm. Gönne. Ah. Ja, für Mino. Und das Interessante wird werden, ne? Hellraiser sagt gerade. Und Casemiro, ja. Hellraiser öffnet jetzt noch das Schlechtere. Es gibt nämlich noch eins. R9. Uiuiuiui. Ähm. Es gibt noch eins für 35k. Das sind allerdings so 75 plus brasilianische Spieler drin, ne? Und zwar insgesamt acht Stück. Manche haben gesagt, die sind sogar besser. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob die wirklich so krank sind. 88 plus Walkout zumindestens. Gut, damit holst du halt... Aber du holst halt wahrscheinlich mit dem fast schon die 35k wieder raus, ne? Und Thiago Silva nochmal. Also du holst wahrscheinlich damit eher die Dings raus. Ja, perfekt. Geht sie bitte nochmal erneut. Das war's komplett. Und los. Und deswegen machen wir direkt mal weiter. Nächstes 35k-Pack. Na los, gehen wir mal rein. Oh, Hotzucker. LF. Oh, schade. Aber ein Fred. Damit... Ich glaube, es ist sogar mit dem 35k-Pack holst du sogar wahrscheinlich sogar eher nochmal alles raus, oder? Weil du halt mit Fred jetzt eigentlich schon im Plus bist. 283er kostet ja aktuell auch schon noch was. Das könnte gar nicht so schlecht sein. Vielleicht ist es sogar das 35k-Pack, besser als das 90er. Okay, wir machen mal weiter mit dem nächsten Pack und das wird ein 35er. Jakob, wünsche viel Erfolg. Ach Gott, ey, scheiße. Das war's komplett. Das war's komplett, chat. Das war wirklich bodenlos. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir haben ein Video dazu gekriegt. Ich bin mal gespannt. Der Mann zieht das 90k-Pack. Er zieht. Ah, ha, ha, ha. Da will ich es, Renan Lodil. Immerhin Renan Lodil. Na gut, nee, eigentlich war's bodenlos beschissen. Sind wir ehrlich, das war... Das war an der's Beschissene. Darüber brauchen wir nicht reden. Das war an der's Beschissene, das Pack. Schade. Oh Mann, der zieht mit FIFA-Points. Mit FIFA-Points. 18 Euro gibt der aus, mein lieber. Er zieht einen Tots. Oh mein, jeder. Das ist halt big weh, ne? Da hat sich die 18 Euro halt... Na gut, nee, 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 nee. Das ist ein falscher... Das ist eine absolut falsche Ausdrucksweise. Nein, es hat sich trotzdem nicht gelohnt. Du hättest die 90k... Die 90k hätten sich gelohnt, hättest du es mit Coins ausgegeben. Lass die Points weg, chat. Gut, er hat die jetzt noch rumliegen gehabt, glaube ich. Aber leider die Points nicht auf. Gerade jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt. Lasst es weg. Am Anfang von FIFA muss es jeder selber wissen, ne? Aber gut, einmal hat er doch noch 593 Münzen hoch. Weiter geht es mit dem 35k-Pack. Oh, da zieht er sogar eine Special Cut. Ich glaube, damit bist du jetzt schon im Plus, ne? Alain? Ich glaube, das ist, glaube ich, schon in Ordnung. Ich glaube, damit machst du fast keinen Verlust. Ich glaube, das ist okay. Wir sind im Zelt, der Tag. Wenn ich zu dem Festival fahre, dann bin ich nicht im Hotel. Sorry, aber das ist dann für mich auch kein Festival, wenn ich nicht im Zelt schlafe. Weiter geht es. Und da geht der Wilde Fahrt weiter. Es wird dieser Roberto Firmino werden. Ein teureren Pack für 90.000 Münzen. Und ein Alain. Oh, die kann er. Die kann er auf jeden Fall. So, Manners, wir machen zum Abschluss noch, nachdem wir jetzt alle ein bisschen was gesehen haben, noch als 20. Pack mein 35k-Pack auf. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich glaube, wenn ihr mit der Intention rangeht, ihr wollt richtig krank gambeln und euch ist egal. Ihr habt genug Münzen, macht das für 90.000. Wenn ihr aber ehrlich sagt, ich will so wenig Verlust wie möglich haben. Du hast zwar nicht die Riesenchancen hier auf den Neymar, wie ihr bei 3x85+. Aber du kannst dir halt durch eine Special Card schon fast die 35k wieder rausholen. Wie ich zum Beispiel. Renaudi, 35k-Pack. Ich glaube, das könnte sogar ein deutlich stärkeres Pack sein. Wo du halt einfach vielleicht sogar einfach mehr rausholen kannst. Das ist halt gerade die Frage, ne. Aber es ist immer noch Gamble. Gebt keine FIFA-Points dafür aus. Oder, oder, oder. Ich glaube, das geht in Ordnung. Wenn ihr das mal macht, wenn ihr genug Coins habt. Aber sonst würde ich es halt weglassen. Let's go. Lasst die wieder da. Daumen nach oben. Kuss geht raus. Was gut hat rein. Ciao, ciao. Kuss, kuss. Kuss, kuss.